Ich habe heute Nacht von gar nichts geträumt, aber ich habe sehr beschissen geschlafen, dass ich mir irgendwie hier im Nacken irgendwas eingeklemmt habe, dass ich kann nicht nach links gucken. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe geschlafen wie eine Tote. Ich habe in den letzten vier Tagen so wenig Schlaf gehabt. Ich will morgen erst mal einkaufen gehen. Ja, ja, habe ich ja hier bei Tifa. Ja, das habe ich ja gekoppelt bei Wiederbeleben. Aber das dauert halt noch, bis das hier fertig ist. Das dauert noch. Mehr davon habe ich ja nicht. Ich habe ja nur eins davon. Alles mit Tiefe halt. Weil das mit dem Wiederbeleben hatte am meisten FP irgendwie. Deswegen habe ich das bei dem eingesetzt. Ja. Wiederbeleben ist echt heftig. Haben die mit Absicht gemacht. Weil man jetzt nicht so extrem oft wiederbeleben muss. Beziehungsweise es so langsam geht damit. Scheiße. Weil ich eine missglückte Akupunktur eines Kaktors. Ja, toll. Oder der Tom war es, der mir aus Versehen... Aus Versehen die Schulter geschützt hat mit seinem Kissen. Wer war ich? Ich bin sowieso nicht. Es ist vorbei. Und schiss. Der Feind hat geschwächt. Jetzt. Keine Kommen. Das sollte reichen. Das wäre geschafft. Ah, Tom Barry würde dir nichts tun, hat er mir versprochen. Hm, glaube ich sofort nicht. Dann wärst du tot, Kupo. Der Erzigen ist halt mega gut, ja. Der Erzigen ist halt mega gut. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Ich bin so ein bisschen. Wollen wir hier schon weiter? Hier müsstest du ja auch Gegner geben. Hier habe ich ein bisschen mehr Übersicht. Mann, hör auf dich vorzudrängen! Hier war aber vorher noch nicht auf. Ihr geht vor und sichert den Weg. Schon klar. Darf ich was fragen? Warum hast du uns damals bei der Brautschau geholfen? Weil Anjan mich darum gebeten hatte. Mehr nicht? Ich weiß genau, wann ich mich besser zu fügen habe. Wie? Los, jetzt macht endlich! Zu fügen. Mhm. Zu fügen. Mhm. Immer diese Drängler. Schlimm. Die Zeit drängt. Jawohl, Herr Soldat! Alles in den vier und jetzt! Das gut bringt! Ja! Ich glaube, der hat sich ja schon an ihn gefügt. Oh ja. Ist doch so gut! Was war's? Ich hatte den besten, äh, Seeunä그� unfinze. Scheiße. Sehr wiederge McGuire. Ich bin bereit. Keine Chance. Mein Ansatz. Das soll erreichnen. Nicht gut. Daaấu sein. Das soll dereichnen. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Warte. Mach sie voll, ja. Wir erreichen gleich Corneos Versteck. Ab hier gehe ich voraus. Was ist denn für eine Zahl? Warte. 3.690, aber da ist die 69 auch bei. Ich weiß nicht, warum ich das so sehe. Ich habe keine Ahnung. So kaufen Musik ja damit. Ich sehe das doch. Das ist die 13. 10. Du willst das einfach sehen. Nein. Ja, jetzt sag uns wie wir raufkommen. Er ist drin. Soll das heißen, wir sollen mitkommen? Tut mir leid, aber ich brauche euch noch ein bisschen. Jemmy, was machst du denn da? Verdammt! Halt! Hinterher! Aber... Halt! 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 Oh, das gefällt mir gar nicht! Ja! Erstmal Leben, damit ich durchkommen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Alle Fröchte, das ist auch schön. Das war's für heute. 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 Ich würde richtig viele Fotos machen, ohne Scheiß. Guck mal, da ist die kleine Rettung. Das war's für heute. Das war's für heute. Sollte mal wieder speichern? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin wieder in der Kanalisation. Ich lass mir heute extrem viel Zeit. Ich mach so ein paar Nebensachen und so. aufleveln und so ein Kram. Konzentriert bleiben! Komm schon! Ja, Keks. Ja, Keks. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich weiß, das ist lustig. Ich glaube, ich hab das nächste Streamspiel für dich gefunden. Oh nein. Du lachst dabei. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht mehr. Das Original Final Fantasy geht noch ewig. Geht noch ne ganze Weile. Ich glaub, Sven könnte das sogar noch am besten beantworten. Weil das Remake, ähm... Äh, das ist nicht das Remake. Das Original ein bisschen mehr gespielt hat als ich. Er ist ein bisschen, äh, aufgefrischt da. Aber es geht noch ne ganze Weile. Das wird doch lange dauern. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das ist ein Mothman. Danke, dass du da warst. Da hol dich gut. Ja, und jetzt kannst du... Wie viele Stunden ich jetzt hier schon verbringe? Es wird noch... Es wird eine Menge noch kommen. Ich kann nicht beantworten, wie viel da... Dass die damit alles hier, ähm... Nochmal darf das nicht passieren. ...noch rausholen werden. Das wird echt heftig. Also, ich find' ich super. Aber es wird echt heftig. Ich... Ja, geht's? Das wird noch... Das wird noch richtig heftig. Ich freu mich voll. Hab ich jetzt grad bekommen? Ja. Ha, ich folge dir nicht. Komm ich denn da runter? Oder muss ich auf die Seite? Ich muss da rüber, ne? Immer noch was gucken. Ein paar Stunden auf viele Stimmen gestreckt. Ja, aber du musst dran denken, dass hier viele Nebenaufgaben sind. Viele andere Sachen auch vorkommen. Also was du jetzt nicht wissen kannst, weil du das Original noch nicht gespielt hast. Und ja, von Playstation 1 auf das hier, es ist einfach enorm. Es ist einfach enorm, was sie hier rausgehauen haben. Und ich liebe es. Ja, die haben ja halt jetzt mehr Möglichkeiten, um hier sowas zu erschaffen. Wo man einfach stundenlang verbringen kann. Nebenaufgaben machen kann, rumlatschen kann. Das ist einfach geil. Ja, richtig Kraftpiel. Finde ich auch. Es ist halt so dieser Vorgeschmack hier. Und ich liebe diesen Vorgeschmack. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn so. Was war? Oh. Was ist das? Was war das für den Tod? Verzieh dich! Ja. 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 Was? Ich zähl auf dich! Es geht los! Hey! Ich komme! Auf die Feld! Ich sitz! Das darf einfach nicht sein! Jetzt du kommst! Ich bin zuаци quell! Was ist das denn? Ich bin zuerst da. Ich bin zuerst die Neues gehen! Ich bin zuerst dann dazu. Ich bin zuerst da. Ja. Ich bin zuerst da. Ich bin zuerst da. Jetzt ist es da. Was ist denn der Blamate? Ich leg los. Ja! Scheiße! Ich zähl auf dich. Auf Onkel Baradis war das nicht. Ha? Was zum Nerven, die Viecher. Ist da irgendwas? Was? Was davon ist, wie viel hier dazu gekommen ist, Plus neben fest. Bitte nicht mehr ein großes Anteil, sondern eher gigantisch bis exorbitant. Finde ich super. Gefällt mir. I like. Boah, wo haut der? Alter, wie groß ist das hier? Hier kann man gut leveln eigentlich. WIEEEE! Hahaha. Ja, das! Versuch's! Stimmt! Lustig, lustig! Jawohl, Sieg! Oh, ich will damit fahren! Wer schiebt mich? Wenn ich jetzt zurück gehe, sind die Gegner dann wieder da? Ich will leveln! Ich brauche Gegner! Ich brauche viele Gegner! Ich brauche für dieses Falle mehr Parts als damals für das Original komplett. Das ist einfach extrem heftig! Es ist einfach so heftig! Und ich liebe es! Ich brauche es! Ich brauche es! Ich brauche es! Glaub' nicht! Alter, dieses blöde Mistvieh, Jemmy! Jetzt geht die Töne noch zu ernst, Sack! Jetzt geht die Töne noch zu ernst, Sack! Jetzt geht die Töne noch zu ernst, Sack! Sack! Jetzt geht die Töne noch zu ernst, 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 Sack! Das ist so ein Troll, ey! Er kriegt mich nicht, er kriegt mich nicht nicht nicht! Man hat ja keinen Schwengel, was man so jetzt sieht! Gerissenes Biest! Ganz das Herrchen! Gib das zurück! 91 Parts original Quellen ist länger als 15 Minuten, war das Limit, war übrigens mein erstes Projekt. Da sieht man schon, dass ich einfach mal lieb ins Spiel und gerendert mit dem Zeug von gestern bin ich schon für 95 Parts. Nicht schlecht. Bei mir sind die Parts ein bisschen größer, also ich glaube ab 30 Minuten. Scheiße, ich muss das Wasser ablassen. Ich habe nur Kanalisation gehört und dann müsste ich dich stumm machen. Okay, habt ihr das gehört? Oh Gott! Alle sind hier. Nichts überstürzen! Es geht los! Fürschlag! Immer vorsichtig bleiben! Ich übernehme! Dann übernimm! Ich leg los! Hier kommt Ferre! Kma! Ja. Aus dem Weg! Ich hab schon Vorarbeit geleistet! Ich bin mal so frei! Was soll das? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Fisch übernehmen. So, bleibst du, ich bekomme und verkomme! Da geht noch was! Los! laut kriegst du es ernsthaft das ernsthaft jetzt nicht hin genau deswegen ja die wird nicht gepennt ein beyblade oh und start Das war's für heute. Ja, sag mal los. Auf die Falle. Du bist am Zug. Jetzt ist recht. Was ist? Ja, sag mal los. Ja, sag mal los. Ja, sag mal los. Schmuck? Gib her. Schicker Schlüssel. Sorry. Das gehört nicht wirklich dir, oder? Schwester, Mutter? Familie hab ich nicht. Unser Traum ist vorbei, Leslie. Die Blume steht für... Du musst mich vergessen. Für immer. Ein halbes Jahr her. Kurz darauf wurde sie Corneos Braut. Und verschwand aus meinem Leben. Den Anhänger gab sie mir zurück. Abgebrüht, oder? Dabei war das Teil verdammt teuer. Was willst du hier unten überhaupt? Hallo, Tavok. Heute hast du nicht so viel verpasst. Ich hab heute viel gelevelt und so. Ich mach auch noch weiter. Ich hab heute... Wenn ich keinen Schlussstrich ziehe, werde ich nie loslassen können. Wenn's dir hilft? Solange wir nach oben kommen, ist's egal. Keine Sorge. Ich steh zu meinem Wort. Du gefällst mir. Kommt hier lang. Eine Abkürzung. Ich will aber keine Abkürzung. Nein. Eine Abkürzung. Ich will den Schatz haben. Wie komm ich an den Schatz? Wenn ich dich in die Finger kriege. Nein. Corneo gehört mir. Wie? Na hier. Verstanden. Ja, ich geh zurück. Dann hab ich die... Diese Nebenaufgabe hab ich dann auch. Und den Schatz. Das sagenumwobene One Piece. In der Kanalisation. Und wenn ich an Shinra denke und das die Eris haben. Doppelgrusel. Ja, und Doppelhass. Ich will die einfach nur abfackeln. Ich will die nur brennen sehen. Oh, kann ich sein. Äh, was? Was bist du denn jetzt? Frag mein Leben. Man muss nicht immer so eine Viecher sein. Ich wasse die. Der Prinz. Okay. Ja, wird gut. Nicht gut. Alles okay? Alles okay? Ja. Ja. Ich warte, ich achte. Wird jetzt wieder? Ja. Jetzt aber. Ja. Ja. Das war's für heute. Ich kann nicht mehr. Hey, wie wollt ihr mich verarschen jetzt hier? Was ist denn das für ein Dreck? 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 Ja, die sind doch nervig. Was ist denn das für ein Dreck? 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 Das für ein Dreck? Das für ein Dreck? Was ist denn das für ein Dreck?